1998 entwickelte OKM´s Gründer und Geschäftsführer Herr Kraus den ersten Metalldetektor der Future-Serie, den Future 2000. Jetzt, 20 Jahre später, präsentieren wir Ihnen stolz einen weiteren Detektor der Future-Serie, den Future 2018. Mit seiner horizontalen Sonde scannen Sie einfach über den Boden, um vergrabene Schätze, verborgene Artefakte und unterirdische Hohlräume zu detektieren. Außerdem können Sie dieselbe Sonde in eine vertikale Position drehen und den Untergrund mit noch mehr Details vermessen. Kabellose Datenübertragung zu einem Tablet-PC mit der Software Visualizer 3D ist bereits enthalten und erlaubt eine akustische als auch visuelle Datenanalyse. Damit bestimmen Sie die Lage, Größe und Tiefe der georteten Objekte. Für zusätzliche Informationen zum Future 2018 kontaktieren Sie bitte Ihren Händler vor Ort.